hier ist jetzt ein vogel gerissen worden und ob das jetzt ein fuchs war oder ein greifvogel das könnt ihr immer daran erkennen ob die kiele hier rausgerissen sind wie hier oder ob sie abgebissen sind wenn sie abgebissen sind dann waren fuchs am werk hier das sieht man deutlich hier sind sie rausgerissen das heißt hier war ein greifvogel am werk und an den vätern kann mal kennen der hat sich hier eine taube geholt